Was sagen Sie zu diesem Anstoß? So, wir genießen mal die Auflösung. Mal zoom gleich mal, mal sehen, wie das aussieht. Sehr fein abgelegt vom Köhlkönig. Ist das touching? Du kommst da nicht rein. Das ist auch geil. Der zeigt gerade dein Gesicht an. Der erkennt die Gesichter. Schön abgelegt. Haha. Zwei. Jetzt könnte ich es ja probieren hier auf Mitteltausch. Ja, ganz klar. Wieder mal nichts. Wieder mal nichts. Du brauchst gar nichts zu probieren hier. Warte, doch. Warte. Das wird gleich dunkler. Der Messer sagt Longline. Ich bin gespannt. Ja, schön. Das war gut. Haha. Oh, oh. Knapp. Knapp am Fall vorbei gerusht. Man sieht es im Gesicht. Genau. Ja, schön. Scheine. Nichts fällt. Das ist ein Traum. Jetzt ist hier ein gerader Ball. Er muss auch Farbe stellen. Schafft er das. Au. Jetzt sucht er die Fortsetzung. Blau. Fortsetzung Blau. Wohin? Ja, gut. Ich muss sehen, ob ich das hier so festhalten kann. Jawohl. Ey, das ist ja auch geil hier. Man hört es. Und Weiß geht noch rein? Nee. Schade. Oh Gott. Ist das zu viel oder zu wenig? Oh, schöner Fail. Schöner Fail. Ja, ich hab's drauf. Geh, geht rein. Das ist echt zum Kotzen. Zieht mir hier das Kö rein. Ragen. Affengeil. Jawohl. Jawohl. Ja, von Mitteltesch. Pink auf Mitteltesch? Von Mitteltesch gestellt, ja. Ich muss mal sagen, das ist ein geiles Bild. Ja, sieht schön aus, ne? Das macht schon was aus, wenn ich glaube, ich weiß nicht, was das heißt. Das muss ich schon machen. Ja, leider nicht. Ja, leider nicht. Je Scheiße. So eine Scheiße sagt er gerade hin. Guck mal in das Gesicht. Das sagt alles. Oh, Knappen. Ja, wir müssen wohl eigentlich eine Fortsetzung machen. Jaja. Wow. Meilenwald vorbei, oder? Ja. Ich hab's ja schön gespielt und jetzt die Scheiße. Na, das war doch wieder traumhaft. Ich hab's mir gefällt, dass Weiß fällt. Haha. Was für ein Chaos auf den Tisch. Ja, warte. Ich bin hier. Sehr. Oh, knapp. Knapp. So, jetzt red ich schon, dass du mich auf den Mitteltaschen zählern. Brutal. Was plant das Genie jetzt? Das Genie da rein. Gelb? Gelb. Nee, grün. Grün. Soll da hinten, wo rein? Unten da rein, ne? Wir zoomen. Diese Kugel soll jetzt da rein geschnitten werden. Ich glaub, die bleibt dann rot hängen. Schade. Guck mal. Oh, guck mal. Schön vorbei. Das gibt's doch nicht. Ja. Alle, die gedacht haben, Weiß ist gefallen. Sehen sich im Irrglauben. Mit der Longlinen oder was? Kräuten. Oh, jetzt hier. Chancen. Chancen? Irgendwie fern? Na ja. Oh, ich krieg grad ne Nachricht. Du speicherst. Von meinem Handy krieg ich ne Nachricht. Ich find's schön. Soll ich mal zoomen? Wir haben heut Spaß. Langsam. Na also, perfekt hier. Und grün. Komm mal, guck mal das Bild. Schwarz. Schwarz liegt da oben. Ne, das wird er nicht. Oh, das wär vor allen Dingen fast geworden, ey. Ich krieg ne Macke. Kann noch ein Stückchen weiter rot. Oh. Robert freut sich. Frust. Frust freuen. Läuft noch. Läuft noch. Läuft noch. Schnellbeis. Ja, das schneidet wieder auf die Mitteltasche. Ich krieg mir jetzt nichts für die Linse hier. Yes. Man beachtet die Stellung, das sieht scheiße aus, aber da drüben liegt grün. Dort liegt grün. Leider nichts. Jetzt kann ich mir das anvisiert. Es muss auf jeden Fall eine Räute sein. Einmal quer. Oh, blauen gefallen. Ich habe es drauf. Das geht hier schön, da verpasse ich nichts mehr. Der hat so einen schönen Weitwinkel. Scheiße, das geht nicht. Sein Gesicht ist geil. Das sieht man so richtig. Das ist schön. Man beachte hier den Pulk aus Roten. Aber wir lochen heute überhaupt nichts. Schön vorbei. So kennen wir das. Ich storn jetzt einfach mal rein. Das ist der Plan. Das ist absolut geil, die kommt raus. Und jetzt mal blau? Ja, ja. So, jetzt wird hier weitergezockt auf blau. Ich probiere mal prallen. Ich probiere mal prallen können. Warte, da muss ich drehen. Versuch prallen. Da? Ist das? Ja. Da müssen wir eigentlich noch das schon ziehen. Scheiße. Boah. Alles bleibt auf dem Tisch. 5 vor 2. Läuft. Jawoll. Also Mo spielt braun. Da hat er also Rot schon mal gelocht. Steht ja fest. Ich hole mal braun raus. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich hab mal wieder Zeit, dass ich mein Kölkönig T-Shirt anziehe. Ich hab ja heute überlegt, aber es ist sehr kalt draußen. Weil das ist dann... Ja, das war auch ein schöner Stoß. Der war eigentlich schon drinnen. Der war eigentlich schon drinnen, ja. So Mo spielt hier mit dem Spider. Das ist jetzt erschwerend. Es kommt erschwerend nur hinzu. Und da will da die Rote so an diesem Grün vorbei. Ja, sie war vorbei, aber halt nicht drinnen. Das ist halt der Optimismus. Oh, schön an der Kante gespielt, jawoll. Das gibt es auch nur von den Spinnern auf der Insel. Runde Ecken. Das ist... Ja. Hat nicht sollen sein. Jetzt ist das Schluss, boah. Oh Gott. Guckst du? Ne? Uuuuuh. Uuuuh. 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 Und Schwarzfeld. So weit war der Winkel leider nicht vom... Gerade auf Mitteltasche sagt er an, ja? Ja. Schön daneben. Ich war mir so... Uuuuh. 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 So eine Scheiße. Uuuuh. Festgefahren. Ich mach jetzt mal hier unten rein. Uuuuh. 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 Der Wille war da. Uuuuh. 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 Halt an! Uuuuh. Oh Gott. Jetzt ist die Wall. Und warm mich. Er versucht über Vorbänder, hat er gesagt. Jetzt geht's ab. Uuuuh. Uuuuh. Jawoll. Und ich hab's drauf mal. Und jetzt blau. Ja, ne. Blau ist scheiße. Grüß, weit weg. Spring. Ne. Er spielt blau. Wir haben's gesehen. Das Schöne ist, die Kamera windet sich nach vorne wieder hinzu. Jetzt wird das nicht. Vogelperspektive. Der war ja schon drinnen. Ja. Wo ist denn hier eine Person da? Was machst du? Ach weisst. So, jetzt Robert hier. Pass auf. Ne. Grünfeld. Pass auf. Dach noch klar. Gucken. Da war noch ein Stückchen mehr rein. Ja. 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 Hallo. 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 Zeig mal hier. Diesen Ball habe ich mir jetzt ausgesucht hier. Fünf Meter noch einmal ist er weg. Hier ist der Teich. War's grün? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Wir können ja zurückspulen. Ich hab's ja getroffen. Das war's. Oh. 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 Schönen. In der Fee. In der Fee. Schönen. Oh. Jetzt ist es mit drauf, dass die Kamera hier umgesenzt wird. Vorbänder, der kommt noch. Der kommt noch. Der kommt. Nee, der kommt nicht. Nee. Der wäre gekommen. Gleich mal mit rüber. Langsam. Spät soll letztlich fast es nicht. Sie wird schneidestellen hier durch bis zur Tasche. Du musst auch mal meine Vogelperspektive finden. Genie und Wahnsinn. Man muss sich ja festhalten. Also die rote hier soll jetzt da reingeschnitten werden. Durch die ganzen Farben. Ja, ging ja durch. Dann haben wir mit der Kurve falsch gewählt. Bitte Analyse. Hey. Oh Gott, der soll doch nicht einfach hier oben in die Tasche, oder? Achtung. Wo wolltest du etwas von dort hin? Ja, ne? Ich dachte vor allem, du wolltest dich hier anschneiden, dass die hier durchläuft. Ich habe einen Kippen mit dem. Mal gucken. Nee. Hier? Hier? Nein, nein, der kommt nicht. Komm. Der ist ja verrückt bis dahin. Komm. Der verrückt. Der gekomm ich fast nicht. Kann ich das jetzt so lassen? Ich glaube ja. Läuft das noch? Ja. Ja, ja. So, jetzt hier. Pass auf. Komm, ich kann sie nicht. Ich versuche eine neue Hüfte. Die ist eine Tolle hier. Denke dran. Du spielst eine Tolle, Robert. Du musst langsam spielen. Ist die jetzt? Läuft sie noch? Ja. Vor allem haben wir es drauf, wo es ist. Das ist die Hauptsache. Ach ja. Wir haben das Stativ dran, du Nase. Ja, 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 ja. Punkten! Und nicht dazu, gelben. Moritz, um die langen Bälle. Jawoll. Gott sei Dank. Blau. Blau. Blau nominiert. Völlig falsch. Faul. Wir wollen mal nicht so sein. Warte, Müll, warte. Warte, Müll, warte. Oh Gott. Oh Gott. Kannst du es noch mal sehen? Ja. Versenden. Langsam. Herr Lorenz, es tut uns leid. Oh, guckst du? Nein, doch nicht. Kräuter. Oh Gott. Was ist Kräuter? Wollen wir jetzt davon rein? Nein. Nichts Chance. Also, Robert hat jetzt spektakulär die Rote gelocht. Oh, langsam. Ich sag's den ganzen Tag. Ich sag's den ganzen Tag. Das wird er nicht hier. Guckst du? Hm. So, jetzt hier endlich mal. Und dann muss er nicht so doll für braun. Langsam. Na, also. Gut. Okay. Das sind ein Punkt. Uno. Und jetzt müssen wir gucken. Ich weiß nicht was. Fünf. Jawoll. Bitte braun rausholen. Das ist jetzt Fünfer-Break. Schön. Das ist Fünfer-Break. So, jetzt ist es die letzte Rote. Das wird er nicht. Achtung. Nee. Hm. Hauptsache, versteckt sind schon in der Augen einer anderen blöden Spiele. Fünfer-Break. Die letzte Rote versenkt. Und jetzt selber gesnogert auf Gelb? Nee. Gelb ist noch gar nicht dran. Ach, du sagst ja noch mal was du willst. Dann spiel doch gleich Gelb. Dann hast du's auf dem Spot. Pff. So wie wir heute spielen, nicht. Robert fragt, ob er es reinkriegt. Ich weiß es nicht. Tatsächlich. So da auf dem Spot. Also. Das kommt dabei raus, wenn man auf mich hört. So jetzt. Achtung. Trickshot. Ich pack's nicht. Ich hab's nicht mehr gepackt. Das gibt's gar nicht. Warte. Warte. Ich zoome mal hinten hier. Wow. Qualität. Das ist nicht mehr gut. So jetzt sind wir runter und nicht drach. Das llamenst du nicht her. Jawohl. Das war so ein Wartner fern. Warum spielst du denn so schnell, Mo. Du musst langsam spielen. Ich hab bald die Gelbe abgekriegt hier. Das sieht gut aus. Ich würd sagen Snooker, oder? Das ist was für ein Moritz hier. Daneben, faul! Vier Punkte, langsam. Hol dich wieder auf, Gott sei Dank. Ich steck's mal übern' der Hand. Hast du ein Schwein? Schwein gehabt, ey. Komm ich noch ran. Ah, das treff ich. Das war eindeutig getroffen, man hat's gehört. Pudol. Oh, schön gestellt. Na ja. Das schreit eigentlich nach. Oh, verkehrt. Kotz und work. Das könnt ich nicht gleich so lassen. Mo spielt auf der Mitteltasche, nicht anders zu erwarten. Nein. Wie, nein, nicht? Ja doch. Was war das? Schlusssache, wir machen aus. Kräfte sind nicht. Der war vor allem reingegangen. Das war doch ein bisschen rutsch. Ja. Ne Mo, du kommst vorbei. Du kommst vorbei. Sei doch mal nicht so negativ. Das ist geil. Na sauber. Vor allem ist was schönes dein Gesicht. Es ist fast richtig schön fokussiert. Das ist gelb gelockt hier. Das wär's gewesen. Nein, oder? Da komm ich gerade noch so ran. Ja. Er hatte jetzt Angst um die Weiße. Warte mal, ich drehe mal kurz. So hab ich's hinterlassen. Was guckst du? Kamera weg. Kamera weg. Das ist schön. Wie viel war's? Siehme. Siehme. Das ist mir nicht so lieblos. Schnell. Ja. Blauer Framkei, oder? Ich denke mal ja. Sieht aber aus, wie er richtig spottet. Hör auf. Nicht hör auf. Ist so. Das war schön angeschnitten. Das war schön angeschnitten. Ja, Weiß ist gefallen. Es tut mir leid. Das war's für machen. Das war schön. Ja, es war schön. Vielen Dank.